... eine große Auswahl an Verzierungen für Balkone, Säulengänge und Eimer... Auftragsattentate sind neue, äh, dazugekommen. Ihr habt gehört, äh, wir haben kein Geld bekommen. Falsch gehört. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Also das Ziel ist klar, denke ich, meine Freunde. Das Ziel ist, denke ich, klar. Oh Gott, was ist denn jetzt hier los, äh? Tausend von Krankenwagen, die fahren hier vorbei, äh. Nicht mehr normal. Ähm. Okay. Wo sind jetzt meine Auftrags, äh, wie heißen die? Meine, ähm, mein Schmiedeauftrag, Ärzteauftrag. Schneideauftrag und Kunsthändlerauftrag. Gibt's wahrscheinlich im Moment auch keiner. Wahrscheinlich werden die deswegen nicht angezeigt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich denke, ich werde nämlich dann kurz mal, äh, ja, quasi ein bisschen Money ausgeben. Um mich, äh, komplett alles neu und so. Rüstung, was gibt's da? Doppelte versteckte Klinge von Leonardo. Ah, wie gesagt, sie sind alle schlechter als das Offizierschwert, kleine Waffen. Da könnte ich mir jetzt den Knochendolch von Romulus. Das Fleischermesser, plus zwei, plus drei. Mhm. 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 Ich werde mir den, denke ich, mal holen. Den Knochendolch von Romulus. Ich denke, damit bin ich gut dabei. Ich werde es nochmal zählen. Bitte hört auf. Gehen wir mal zum Arzt, um alles, sag ich jetzt mal, zu haben. Ein bisschen Medizin kaufen und so kann ja nie schaden. Aber ich habe mal so gehört. Ah, ah, ihr seht schon stark aus. Ambar und 1500, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Beutel, Messer, Gürtel, Erweiterung. Das könnte man sich natürlich mal anschaffen. Maximale Anzahl von Wurfmasen um fünf und um fünf. Dann werde ich mir die kleine Erweiterung mal holen. Wurfmesse kann man immer gut gebrauchen. Und Geschäftsaufträge, Färden ziehen. Dann, wie gesagt, erfüllen wir uns noch zweimal Kardinalspopur und siebenmal die jute alte Seide. Da fehlt uns noch einmal Pomanda und einmal Papava Silvaticum. Schatzkarten waren die Vatikanerbezirke, könnte man sich theoretisch holen. Und Eng, okay, wir kaufen uns mal ein paar Gemälde. Für bei uns in der Wohnhoch hier, also bei uns in der Bude. Haben wir dann mal ein paar... Ich denke, wir werden jetzt nochmal zum Schmied gehen und mir noch Messer holen. Ein paar. Und dann geht es auf zur Engelsburg. Aber vorher werden wir dann nochmal ein paar... Ein paar Sachen kaufen. Ich habe eine Auswahl an Ecken. Ähm, reparieren bräuchte ich nicht. Munition. Und ein paar Messer kaufen. 20, 10, 10. So sollte es auch sein. Eure Münzen scheinen echt zu sein. Die Münzen sind auch echt, mein Freund. Äh, das kann ich dir versichern. Ja, ich denke mal, ich werde mich hier außen langheilen und noch ein paar Sachen noch neu renovieren. Die Auftragsantate werde ich dann, denke ich mal, danach machen. Denn ich will jetzt auch mal ein paar Missionen, Hauptmissionen machen und so. Man kann ja nicht so angehen hier, die ganze Zeit nur. Äh, bei den Nebenmissionen am Machen und so. So, und wir haben ja schon relativ viele Nebenmissionen gemacht eigentlich. Das ist deswegen... So, 700. Läuft. Rums-Einkommen auf 5.445 gestiegen. Die Stallungen sind damit repariert. Und wir können uns theoretisch jetzt ein Pferd nehmen. Machen wir aber nicht. Denn wir sind ja, äh, klug. Und es gibt ja eine Herausforderung bei den Dieben, dass man irgendwie eine gewisse Anzahl, äh, äh, eine gewisse... Also ein bisschen viel läuft, ein bisschen mehr läuft als sonst eigentlich so, ne. Das ist so. Und deswegen laufen wir auch mal ein bisschen so. Ich glaube, man muss irgendwie, weiß ich, wie viel Meter genau man laufen muss. Aber ich, okay, also... Okay, Geld. No. Okay, Geld. Okay, Geld. No. I don't have the money. Oh, no. Ich denke, wir holen uns jetzt noch den Schatz. Da haben wir ein bisschen mehr Geld. Wir haben 35 Floriden. Was geht denn da ab? Gott sei Dank haben wir hier noch irgendwie so einen Schatz angezeigt bekommen. Ich meine, ich will ja übrigens ein bisschen Geld haben, weißt du? So. Wir haben ja übrigens, äh, knapp 200 Florin. Aber ich finde, man sollte es auch regelmäßig ausgeben. Aber das reicht nicht für eine Bank. Äh, wir haben gerade 5000. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Ist denn hier eine Bank? Hier, da ist eine Bank. Okay. Ich werde kurz zur Bank gehen, mir das Geld krallen. Wo ist die? Da. Da. Dann komme ich wieder, werde noch ein paar Sachen renovieren und dann werden wir die Hauptmission machen. Ich schwöre. Ich habe mir jetzt nur nicht gedacht, dass das so schnell ausgeht. Das geht. Ja, okay. Kriegen wir nicht mehr. Schade. Egal. König Ludwig von Frankreich hat feierlich verkündet. So, hier bist du. Oh Gott. So. Dann werde ich da hinten auch die Bank, äh, und Schneider machen. No. Bitte nicht. So. 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 Das Büro der Beschwerdestelle des Vatikans wurde auf Verkästigung der Zeitung des Vatikans vertreten. Ja, genau. Und jetzt werden wir, wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen wenig geredet. Es tut mir leid. Ähm, oh Gott. Ich gehe mal lieber außen rum. Zeig ein bisschen Respekt. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen dumm, dass ich einfach nur laufe. Ich weiß nicht, aber ich will unbedingt das haben, weißt du. Ich will unbedingt das haben und in den Händen halten und so und. Äh. Zumindest die noch renovieren. Wenigstens, dass ich vielleicht noch auf die 6000 komme, alle 20 Minuten. Ja, auf Züge nehme ich vielleicht gleich. Nicht. 1080 hier, der Schneider. Wie viel Schneider haben wir denn? Oder kriegen wir? Da sind hier fast 6000. 5 von 12. Hm. Den würde ich gerne noch haben, den Schmied. Den Schmied würde ich gerne noch haben. Kommt und holt euch die feinste Kunst. Die rosa in Fiore sind wir hier. Auch den einen Schmied. Komm. Ich denke, das verzeiht ihr mir. Okay. So, komm. Wir sind auch schon fast da. Und noch den. Dann haben wir es auch. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Ich denke, ich mache noch eine Mission. Stellt unter dem Stahl auf die Probe. Ehrliche Klingen. Stabile Panzer. Kein Schnickschnack, der auseinanderfällt. Nein. Gott. Die waren Schneider einfach so, Alter. Ich setze außerdem Küchens... Oh Gott. Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Das wollte ich gar nicht. Behör wie Töpfe, Pfannen, Kessel und... Wir fertigen Werkzeuge... Werkzeuge für das arbeitende Volk. Da habe ich mich... Habe ich nicht auf die Karte geguckt? So. So. Okay, da ist das Ziel. Ich denke, ich werde diese Mission jetzt noch machen. Und dann... Keine Ahnung. Hör ich auf.